So, play like a legend! Ah, let's play like a legend! Welcome to the leaderboard! Ach, give up trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holstone TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack! Schön! Ach, Almira! Oh, gegenwit! Warte, lass mal gucken, wo ist ein blöde Bunker? Da! Weg, weg vom Bunker, weg, weg, weg! Also absicht, ich höre nicht rein mal! Ah! Ah, da war noch schöne Palmen ein, guck! Schöne Palmen! Ach, da oben ist auch noch ein... Na, leck mich doch! Ja, haben sie aber genug Bunker! Reicht! 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 A lovely shot into a few feet! A chance to save the par if you can make this one! Ach, da oben. Ach. We're out... 1 1 2 2 2 3 2 3 3 Reis der Wettbewerb Sankt Kampfer Kampferbanken in Sohn Wurzelt und Kuschelbett in der Brücke Kampferb bei der Wurzelt die die Mäsche der Säcke ich würde es wirklich mit um die ecke gucken so ein quatsch soweit soweit ist es schon naja das machen wir so scheiß verbogen verbogen ach du scheiße und so weit weg jetzt die stadt hier wie sie sehen sie nicht so so sehe ich auch nichts scheiß hatte wie viel kraft 83 das mache ich so und so 83 dann sind denn so ich hoffe dass sie zeitlich ist nicht zu viel verstellt habe doch falsch doch falsch scheiße schade ach du scheiße ja das ist ja ja das ist ja scheiß boogie ey was machen was machen es ist es ist die parois glückwunsch glückwunsch falls jemand nicht weiß was die zeit heißt glückwunsch einfach nur glückwunsch ach da ist er was ist das für kack was 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 Das ist doch vorne. tun ja das überholt ach wir spielen noch nicht gegen tony wir spielen gegen john 20 20 da ist wir drüber da ist wir dran vorbei gut gut 20 böse falle bunker ist auf gekommen sowieso nicht wissen vermissen wir wissen ja wenigstens auf der kämpfe Wenn schon bloß ein paar dann. Der macht nur ein paar Lauf. Er kann das eigentlich... Eigentlich kann das. Luchte! A couple under at this stage. Currently tied for six. Hm. Tja, hätte ich doch mehr lassen sollen. Wie gesagt, das weiß ich immer noch nicht. Das weiß ich immer noch nicht. Boah. 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 Wie ging es mir vorhin auch noch? Ja. Was are we looking at for this putt heading? This is downhill. Can't be too bold. Auch wieder mit dem Kopf dazwischen dann, oder was? Nee. Okay. Oh, Gott sei Dank. Danke, Kocher. Danke. 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 ... The Par 5 11th, one of the better scoring holes on the course. Players are thinking four when they stand on this team. It's just a long straightaway Par 5, almost a runway, if you like. Both sides of this fairway flanked by huge eucalyptus trees, which frames this tee shot brilliantly. You find the fairway, second shot, once again, straight forward. You must avoid that bunker front right at all costs. That is deep and nasty. You're not going to enjoy being in there. Three wins already this season. What? What? Poor A. Poor A. Just two shots behind. Hey. Ja, ich muss, aber ich kann ja nicht. Ja, muss. Vorne ist der Bunker. Scheiße, Bunker. Boah, das nächste Mal schieße ich dahinter. Mein Schick, Schlag verschenkt. Okay. Bleibst du lieb? Oh nein. So ein hohes Scheißding. Ja, da muss man ein bisschen Gas, da muss man mehr. Da müssen wir über die Kante. Böse Falle. Böse Falle. Ganz böse Falle, ey. Du hast eine Rade? Das ist ja ein raffiniertes Ding hier. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Ach du Frister, ich bin das. Eins, zwei. Zwei. Was soll ich machen, ey? Ist doch nicht zu doll. Ja, zu doll durfte ich nicht. Ach du, was ist denn hier los? Mein Albtraum hier, das Loch. Boah, bloß weg hier, ey. Haben wir wirklich noch was? Nein. Wir haben nichts mehr.